Eines Tages fiel der Esel eines Bauers in einen Brunnen. Das Tier schrie stundenlang erbarmungswürdig, während der Bauer überlegte, wie er den Esel wieder aus dem Brunnen herausholen könnte. Schließlich beschloss er, dass es den Aufwand nicht lohnte, weil der Esel schon alt war und der Brunnen sowieso zugeschüttet werden müsste. Also holte er seine Nachbarn, dass sie ihm helfen, diesen Brunnen zuzuschütten. Sie nahmen ihre Schaufeln und fingen an, Erde in den Brunnen zu schaufeln. Als der Esel realisierte, was passiert, schrie er fürchterlich. Das ging einige Zeit so, bis auf einmal das Schreien verstummte. Nach einigen weiteren Schaufeln wurde der Bauer neugierig und schaute über den Brunnenrand und was er sah, erstaunte ihn sehr. Bei jeder neuen Schaufel Erde, die auf seinen Rücken fiel, schüttelte der Esel sie ab und nutzte diese Erde, um darauf zu steigen und ein Stückchen höher zu kommen. Bald darauf sahen alle ihn, wie er über den Brunnenrand stieg und sich davontrottete. Das Leben wird immer wieder alle möglichen Arten von Schmutz auf uns werfen. Der Trick ist, ihn abzuschütteln und diesen Schmutz zu nutzen, um höher zu steigen, um weiterzugehen. Jede deiner Schwierigkeiten ist ein Trittstein. Wir können aus dem tiefsten Brunnen wieder herauskommen, indem wir nicht stehen bleiben. Schüttel es einfach ab und steige drauf.